Tierjagd, Tadasana, ist die Bezeichnung für die sich wiegende Palme oder auch für die seitliche Palme. Gib die Füße etwa hüftbreit oder bis 50 cm weit auseinander, die Füße parallel, atme ein und hebe die Arme hoch, falte die Hände und beim Ausatmen gehe nach rechts. Jetzt verharre einige Atemzüge lang, Tierjagd heißt seitlich und du kannst die Stellung so halten, ist die seitliche Palme, Tierjagd, Tadasana, auch genannt Tierjagd, Talasana. Tadasana ist ja eigentlich die Stehhaltung und Talasana ist die Palme. Dann geh zur anderen Seite und verharre dort ein paar Atemzüge lang. Und es gibt auch die sich wiegende Palme, auch das ist Tierjagd, Tadasana, einatmen hoch und ausatmen zur Seite, einatmen wieder hoch und ausatmen zur anderen Seite. Alle Variationen von Tierjagd, Tadasana und Tierjagd, Talasana helfen die seitliche Rumpfmuskulatur zu dehnen, neue Energie zu bekommen und zwischendurch wieder den Körper und das Prana und den Geist zu aktivieren.